Die Pariser Attentäter waren menschenverachtend und gottlos. Herzlich Willkommen zur 44. Ausgabe von Ketzer 2.0, dem Wischiwaschi-Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden mit meinen Mitketzern Niko in Hagen. Hallo Niko. Hallo. Und Christian im Schwarzwald. Hallo Christian. Wuff, äh, hallo. Und Philipp hat zwar zugesagt, aber vielleicht hat er da noch fängische Probleme. Ja, wir haben heute quasi sturmfreie Bude, denn Sonja konnte heute leider nicht mit Ketzern. Wir sind quasi Strohkelzer heute. Und ja, Themen. Wir haben einmal den Anruf von Frau Merkel. Und Christian und Niko, habt ihr noch was mitgebracht? Christian, du hattest, glaube ich, ein Buch. Ja, ich habe mein Buch angelesen, aber ich bin da noch nicht durch, aber ich kann da schon mal erste Eindrücke geben. Und zwar ist das Buch von Manfred Klaus, Ein neuer Gott für die Welt, die Anfänge des Christentums. Ist das nicht der, der gesagt hat, das frühe Christentum sei irgendwie durch Irrationalität gekennzeichnet gewesen oder so? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich nur, dass ich mich gefragt habe, warum er das auf das frühe Christentum eingeschränkt hatte. Weil er das eben darüber geschrieben hatte. Das war das Thema. Gut, Niko, du machst heute quasi nur Beisitzer, ne? Ich bin Beisitzer. Und dann haben wir ja leider etliche religiöse Attentate, die wir besprechen können oder müssen. Ach ja, hier, ein Hörer hatte uns seine Erfahrungen aus der Militärseelsorge oder beim Bund mitgeteilt. Da wollte ich mal was von vorlesen. Und dann kriegt er selten mit, was da in der Bundeswehr sich so abspielt. Ist also noch genau wie früher. Wollen wir nicht was über Saudi-Arabien noch machen? Ja, aber ich glaube, das wird kein ganzes Segment. Okay, Nachrichten. Was Christian möglicherweise anspricht, ist, dass gestern oder so habe ich das mitgekriegt. Heute habe ich da auch eine Meldung gesehen, dass angeblich Raif Badawi begnadigt werden soll. Leider ist das Ganze aber schwer greifbar. Also es gibt zwar mittlerweile eine Meldung und die Schweizer Freidenker, die den jetzt vor kurzem geehrt hatten, die hatten auch was dazu veröffentlicht. Aber es hat wohl ein Botschafter, Schweizer Botschafter, dem sei gesagt worden, an der Begnadigung würde gearbeitet. Also es ist vielleicht noch ein bisschen früh zum Jubeln, aber sagen wir mal so, es sieht besser aus. Das war also die neue Situation, die sich da seit gestern oder von der wir seit gestern wissen. Und wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Auf der anderen Seite haben sich, glaube ich, in Saudi-Arabien mittlerweile schon wieder so viele andere Urteile aufgehäuft, dass die vielleicht damit nur versuchen, davon abzulenken. Abzulenken und den Druck, der über die Seite bisher kommt, menschenrechtsmäßig auszuhebeln. Wer weiß. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich meine, in Saudi-Arabien, da seien ja etliche dieser Urteile gefällt worden. Da ist jetzt wieder ein Lyriker zum Tode verurteilt worden, wegen Abfall vom Glauben, was er selbst bestreitet. Also das ist ein Fall von Raif Badawi, kann man ja sagen, dass er eine säkulare Auffassung öffentlich vertreten hat. Und jetzt scheint es so zu sein, dass da irgendjemand einfach nur für etwas bezichtet wird, was wir den ganzen Tag machen, aber das er gar nicht machen wollte. Nämlich Blasphemie und Glaubensabfall und so Kram. Also was wir machen in Saudi-Arabien ist nicht so ganz. Und deswegen habe ich gedacht. Ja, wir sind ja Terroristen in Saudi-Arabien. Wir sind ja quasi so ein Terrornetzwerk. Ja, ja, ja. Aus saudischer Sicht. Also die Auslieferung kommt, also es gibt diese Abkommen, dass man gegenseitig ausliefert. Und das ging ja auch schon mal mit dem Haderer wegen Gottesleistung in Griechenland. Da wollten die den aus Österreich ausgeliefert haben. Ja gut, aber diese Abkommen greifen ja nur, wenn das in beiden Ländern strafbar ist. Ja, ja, eben. Ich meine, wegen der Terrorgeschichte kann es sein, dass es da liberalisiert wird. Okay, gut. Zurück zum Thema. Ja, zurück zu Frau Merkel. Und damit sind wir auch eigentlich schon bei dem Selbstmordattentatsthema. Da habt ihr aber mehr mitgekriegt als ich, glaube ich. Insbesondere was jetzt Frau Merkel mitgegeben. Sie hat die einzige Formulierung gewählt, die es nicht so richtig traf. Sie hat die Attentäter als gottlos bezeichnet. Ja, so ist es. Sie ist damit nicht allein. Viele haben solche Formulierungen gewählt. Ja, es ist grob falsch. Die Attentäter waren nicht gottlos. Die waren eindeutig religiös. Also ansonsten, die mögen menschenverachtend gewesen sein oder waren das sogar ganz sicher. Das ist diese islamofaschistische Ideologie, die ja auch sowohl gewährt, dass man selbst in den Himmel damit kommt, mit der entsprechenden Ausstattung von Jungfrauen, wie auch, dass die Opfer dann direkt in die Hölle kommen. Also menschenverachtender könnte das kaum sein. Das würde ich schon so als Kernfaschistoid bezeichnen. Aber gottlos waren die sicherlich nicht. Und vor allem, da ist wieder diese Gleichsetzung gottlos gleich böse. Auch so, dass es aber auch das Übelste vom Üblen ist. Also ich habe den Eindruck, dass wenn sie jetzt in dem Zusammenhang von Menschen verachten und gottlos spricht, dass gottlos dann aber auch so das Verwerflichste ist, was ihr so einfällt dazu. Also vielleicht ist das nur meine Meinung, aber sie wird ja ihre Worte schon irgendwie mit Bedacht wählen. Und ich frage mich auch, wo wir jetzt beim Thema gottlos sind, es gab doch jetzt die Ankündigung, dass irgendein Sender, ich glaube RTL 2, eine niederländische Dokumentation bringen will über irgendwelche fiesen Mörder. Und die heißt auch gottlos, warum Menschen töten oder so. Da gab es ja auch Widerstand von, ich glaube, von seines humanistischen Verbandes, der da auch weiter dran bleibt. Ich habe jetzt die Details nicht im Kopf. RTL 2 hat es irgendwie auf den Duden berufen und dann hat aber die Dudenredaktion gesagt, ja, wir nehmen das raus, aber es ist schon rausgenommen, dass nur in dem Online-Lexikon könnten die das nicht so schnell nachziehen. Also es ist jedenfalls für uns, also auch unsere Hörerinnen und Hörer, sehr ärgerlich, wenn das Übelste, was Menschen machen können, quasi immer mit gottlos bezeichnet wird. Da ist sie auch in unsere Falle reingetappt, muss man jetzt mal sagen. Unsere Falle? In unserer Falle, ja. Ich werde jetzt mal die Verschwörung, die wir jetzt schon seit längerer Zeit machen, werde ich dir jetzt mal offenbar. Offensichtlich bist du nicht im inneren Kreis drin, dass du es mitkriegen kannst. Du musst mich auch jetzt mit Nummer zwei anreden, während du deine weiße Perser-Katze kraust. Der Trick ist ja der, und das ist auch, eigentlich geht das zurück auf diese Kampagne gottlos glücklich. Gottlos war schon seit jeher in Europa und im arabischen Raum auch immer das größte Schimpfwort, was du überhaupt jemandem an den Kopf werfen kannst. Und ich meine, das kann man vergleichen mit schwul. Also gottlos, schwul, das sind Schimpfwörter, die man Leuten an den Kopf wirft. Und jetzt war die Frage halt auch, was macht man jetzt mit solchen Schimpfwörtern, die man an den Kopf wirft? Und da haben wir Atheisten von der Schwulen-Kampagne auch gelernt und haben gesagt, okay, das ist kein Schimpfwort. Das ist einfach eine richtige Beschreibung. Wir machen das zu eigen. Wir sagen jetzt gottlos glücklich. Wir sind gottlos. Wir sind stolz drauf. Wir bezeichnen uns selbst als gottlose. Andere Tendenzen gab es ja, dass wir sagen, wir nennen uns jetzt Brides. Wir finden einen neuen Namen, der viel positiver ist und so weiter. Aber ich stehe auch dazu und bezeichne mich gerne als gottlos und bezeichne auch das Universum als gottlos. Insofern hatte ja Frau Merkel recht, dass die Attentäter gottlos waren, weil es überhaupt keinen Gott gibt. Den Gott sind wir schon lange los und den gab es ja auch nur in der Einbildung vorher mal. Und damit ist sie uns in die Falle gelaufen, weil sie nämlich den Sprachgebrauch, den sie benutzt, den kann sie nicht mehr anwenden, weil wir selbst daran arbeiten, wir Gottlosen. Und das ist in Deutschland keine Minderheit. Und also ich denke mal, ich habe schon Umfragen gesehen im Spiegel, dass mehr als 50 Prozent aller Deutschen nicht an Gott glauben. Ich habe auch Umfragen gesehen, dass wir wissen, dass ein Drittel konfessionsfrei ist. Das heißt, wir sind nicht weniger. Und jetzt ist es in die Falle gelaufen, weil sie nämlich sozusagen ihren alten Wortschatz genommen haben. Ältere Leute benutzen halt auch gerne sozusagen die Wörter im älteren Zusammenhang und läuft uns total in die Falle rein und verwendet das Wort, das früher quasi zwar diskriminierend, aber okay war und schießt sich ein Eigentor. So sehe ich das Ganze. So wie die Mutter von meinem Kumpel, die immer vom Lazarett redet, wenn sie ein Krankenhaus meint. Ja. Und das ist einfach eine Sprach, eine gewollte Sprachmanipulation, die jetzt stattfindet und eine Sprachveränderung. Das Wort Gottlos hat seine Bedeutung tatsächlich verändert und genauso einfach dadurch, da man die reellen Fakten dann eben halt besser schwiegerspiegelt. Die Sprache verändert sich und die Sprache lässt sich auch verändern. Insofern, ich unterstelle der Frau Merkel nicht, dass sie alle Konfessionsfreien als Atheisten bezeichnet oder alle Leute, die nicht an Gott glauben, auf das Niveau von den Terroristen setzt. Ich sehe aber, dass sie sich damit mit dieser Wortwahl total lächerlich macht. Ausgerechnet die gottestreuesten und die Leute, die ihr Leben einem Gott opfern, als gottlos zu bezeichnen, das ist einfach absurd und grotesk und surreal, muss man sagen. Wenn sie das Wort gottlos wirklich auch in der Bezeichnung, also nicht nur in der Bedeutung abschaulich, was es früher war, sondern in der Bezeichnung, dass es sozusagen Atheisten wären, Atheistische Schadentäter, ich bin mir nicht sicher, ob sie das verwendet, denn sie kennt auch das Wort Atheismus, aber wenn sie das verwendet, dann ist das eine Schutzreaktion nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein kann, weil Religion ist gut und wenn das nicht Gute waren, dann müssen sie nicht religiöse Gewissen sein. Und das wäre aber dann ziemlich albern irgendwie. Na gut, es kann zwar objektiv albern sein, aber es ist ja trotzdem eine perfide Wortwahl, finde ich, denn ich denke gerade, ihre Zielgruppe oder bestimmte Zielgruppe, die werden sich ja dadurch gerade bestätigt fühlen. Das ist ja so, wie die Leute meinen, Hitler müsse Atheist gewesen sein, weil er ein schlechter Mensch war. Oder umgedreht, wenn er Katholik war und war ein schlechter Mensch, dann war er wie ein Atheist. Das wurde mir ja schon ins Gesicht gesagt von jemandem. Ja, aber wie gesagt, ich denke, es kommt hier nicht darauf an, ob sie objektiv recht hat und insbesondere jetzt nicht auf so eine Wortglauberei wie, wenn es keinen Gott gibt, dann waren die ja tatsächlich gottlos, sondern das hier und eben auch mit dieser RTL-Dokumentation. Jetzt glaube ich zwar bei RTL noch weniger, dass die jetzt irgendeine Gruppe gegen sich aufbringen wollten, weil Sender das halt normalerweise nicht machen. Aber, und diese Dokumentation hieß ja auch im Original schon, gottlos. Aber da finde ich trotzdem ist Widerspruch angebracht, denn die Täter sind ja nun gerade nicht mit dem gottlos-glücklich-Button da schließend durch die Gegend gelaufen, sondern ich weiß nicht, ob sie Allahu Akbar gerufen haben, aber der Hintergrund ist ja klar. Ich weiß nicht, was meinst du, Christian? Dann ist es nicht so schlimm oder hast du nur geistig dahergeredet? Hast du auch eine Meinung, ob man die Kanzlerin, ob man das durchgehen lassen darf oder nicht? Nein, nein, man darf es ja nicht durchgehen lassen, dass es so blöd ist, um unsere Falle zu tappen. Das ist einfach Dummheit. Das ist Dummheit und eine Ignoranz und eine Gemeinheit gegenüber allen Gottlosen in Deutschland. Das darf man auf alle Fälle nicht durchgehen lassen. Dummheit ist keine Entschuldigung als Politikerin. Das geht nicht. Ich dachte, das wäre eine Grundvoraussetzung. Nein, das ist nicht. Man muss schon wissen, wo der Hase hinläuft. Und das kann bei ihr genauso in die Richtung gehen wie Helmut Kohl, der nicht wusste, was Internet ist und moderne Technologie. Kann es bei ihr sein, dass sie auf diesem Auge völlig blind ist? Dass sie nicht sieht, dass immer mehr Deutsche... Aber das ist für mich auch in so einem Unverständnis. Sie kommt ja aus der DDR. Und sie ist doch eigentlich gewohnt, sich den ganzen Tag mit Atheisten zu unterhalten. Vielleicht findet sie deshalb alle Bösen auch so gottlos. Denn wenn sie Pfarrerstochter ist, dann hat sie den Staat vielleicht besonders als atheistisch wahrgenommen. Aber selbst in ihrer CDU-Blockpfeifenpartei damals gab es doch jede Menge Atheisten. Das war doch auch so. Insofern ist das doch keine neue Erfahrung. Gut, als sie in die CDU reinkam, dann hat sie dann ein ganz anderes Phänomen gehabt. Da gab es Parteitage, wo am Anfang gebetet worden ist zusammen. Oder wie jetzt... Die SPD hat doch jetzt auch einen Parteitag oder sowas ähnliches. Und da ist auch ein Gottesdienst vorher. Oh ja. Und auf Facebook gepostet. Da gab es Einladungen zum Parteitag und zum Gottesdienst. Was auch eine gute Gelegenheit ist, jetzt nochmal Carsten Frerks neues Buch zu pitchen. Kirchen in der Republik Deutschland. Werden ihr mir das kurz gestattet. Also ist jetzt brandneu. Carsten Frerk hat sich über ein Jahr hingesetzt und recherchiert. Ich glaube im Auftrag des IPCA. Dazu wie Kirchen in Deutschland Lobbyismus betreiben. Was rauskam, wird jetzt wahrscheinlich Leute wie unsere Hörer nicht so groß überraschen. Aber was man bisher nur ahnte, ist dort dokumentiert. Also die Kirchen sind natürlich die größten, größten Lobbyisten in Deutschland, die es gibt. Die haben praktisch bei jeder Regierung, also in allen 16 Bundesländern und dann bei den, in Berlin beim Bundestag, kirchliche Büros, also so Lobbybüros praktisch. Auch jeweils katholisch und evangelisch mit festen Mitarbeitern. Und dann noch jede Menge Akademikern, die denen so zuarbeiten. Also so Jura-Professoren und alles Mögliche. Und was mir auch zum ersten Mal aufgegangen ist, ich habe das eigentliche Buch noch nicht gelesen, aber ich durfte eine Vorabversion lesen. Die Kirchen stecken ja auch überall drin. Du denkst, die Kirchen, also wir jetzt gleich nicht so, aber die Kirchen, die kümmern sich da irgendwie um ein paar Arme und um so Kirchenkram. Aber die Kirchen haben ja überall ihre Finger drin. Also Steuer beispielsweise, die Steuerpolitik. Die Kirchen sind ja dagegen beispielsweise, dass die Einkommenssteuer gesenkt wird, weil dann die Kirchensteuer runtergeht. Sind aber auch dagegen, dass die Steuern für Unternehmen erhöht werden, weil Kirchen natürlich auch jede Menge Unternehmen haben. Oder Grundstücke beispielsweise. Und weil die Kirchen halt überall ihre Finger drin haben, interessieren sie sich auch für alle Gesetzesvorhaben. Weil die praktisch davon ausgehen können, dass Kircheninteressen überall tangiert werden. Also das hat eine viel größere Reichweite, als mir das vorher klar war. Und was die Kirchen etabliert haben über die Jahrzehnte seit der Gründung der Bundesrepublik, ist praktisch so eine Art Reißverschlusssystem, wo der staatlichen Behörde auf kirchlicher Weise auf jeder Arbeitsebene praktisch so eine kirchliche Parallelstruktur gegenübergestellt wird. Und die spielen sich gegenseitig die Bälle zu. Das ist wohl so üblich. Carsten hat da praktisch in Archiven gerecherchiert. Wie das genau geht, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja so Beauftragte bei der Bundesregierung, also kirchliche Beauftragte. Aber irgendwie greift da auch so ein Prinzip, dass diese Sachen, diese Akten irgendwie nach 30 Jahren öffentlich zugänglich gemacht werden. Und der hat sich dann tatsächlich, da kannst du jetzt halt gucken, wie das am Anfang der Bundesrepublik so aufgebaut wurde. So die Besprechungsprotokolle und so weiter, was es da gab. Da gibt es natürlich dann auch öfter mal so, was weiß ich, wenn jetzt einer verabschiedet wird, so ein altgedienter Kirchenlobbyist, dann schreiben natürlich so diese ganzen Weggefährten mal, wie das war. Und da findet sich dann wohl mitunter so ein Hinweis darauf, dass dann illegalerweise praktisch Staatsgeheimnisse hier an die Kirchen gegeben werden. Also wenn du jetzt an so Gesetz vorhaben arbeitest, da gibt es ja so einen offiziellen Prozess, wann die Lobbyisten oder Interessengruppen offiziell mit einbezogen werden. Und bei den Kirchen wird das immer schon so auf einem kleinen Dienstweg vorher hin und her gespielt. Also bis das praktisch dann die Öffentlichkeit erreicht, haben die Kirchen dann schon dafür gesorgt, dass ihre Interessen dort berücksichtigt werden. Und weil ihnen dazu jetzt diese Sachen ja praktisch zur Verfügung gestellt werden müssen, stellt sich dort also auch die Frage, ob das überhaupt rechtmäßig ist oder wahrscheinlich ist es nicht rechtmäßig. Es gibt da ein Video bei YouTube von der Pressekonferenz auf Carsten Frecks YouTube-Kanal. Und da ist eine Juristin aus Köln, ist die, glaube ich, habe jetzt gerade vergessen, wie die heißt. Die hat sich also sehr aufschlussreich dazu geäußert. Ein anderer interessanter Punkt aus dem Buch, der mir in Erinnerung ist und der sich einprägt, ist, es werden ja immer so päpstliche Orden verliehen für so das prokirchliche Lebenswerk sozusagen von gewissen Leuten. Und jetzt ratet mal, bei welchem Gremium die meisten kirchlichen, also päpstlichen Orden vergeben wurden. Oh Gott. Bundesverfassungsgericht. Oh, okay. Wenn du die Orden, die päpstlichen Orden nimmst, dann gewinnt dich irgendwie das ZDF oder so, was wohl auch als christlicher oder katholischer Sender gilt, sondern das Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, Udo Di Fabio, der arbeitet momentan noch an seinem Orden. Ja, ja. Also, das Buch kann man gerade unseren Hörern und Hörern sicher wärmstens empfehlen, zumal es jetzt auch ein neues Fass sozusagen aufmacht. Kirchenfinanzen war ja bisher so der Schwerpunkt von Carsten oder ein Schwerpunkt. Und das öffnet dann nochmal ein ganz anderes Fasswürmer sozusagen. Und wie gesagt, weil das Dinge sind, die eigentlich nicht sein können. Ja, man darf lobbyieren, aber dann muss man sich halt auch den gleichen Regeln unterwerfen wie alle anderen. Bin ich mal gespannt, wie lange das so weitergeht. Diese Transparenz ist ja oft der erste Schritt dazu, dass sich was ändert. Beispielsweise bei den Staatsleistungen in Bayern. Gut, die Änderung war jetzt, dass die Geistlichen in Bayern nicht mehr direkt vom Staat bezahlt werden, sondern dass das Geld an die Kirche fließt. Und die Kirche bezahlt dann die Geistlichen, damit man denen nicht mehr vorwerfen kann, dass der Staat die Geistlichen bezahlt. Aber manchmal tut sich eben doch was. Und ansonsten, als Gegenbeispiel hatten wir ja jetzt leider, ich glaube, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen im Podcast, hier dieses Urteil zur Sterbehilfe, wo 80 Prozent der Deutschen, wenn man Umfragen trauen darf, also ist ja dann auch egal, ob es 80 Prozent oder 70 Prozent sind, eigentlich dafür sind, dass Sterbehilfe zulässig ist. Und die Kirchenlobby halt durchgesetzt hat, dass da jetzt irgendwie man sich das als Arzt sehr gut überlegen muss, ob man da jemandem hilft. Also, Tipp von mir, Nigel Barber muss heute mal kürzer treten, Carsten Fräck, Kirchenrepublik Deutschland, ein schönes Weihnachtsgeschenk für unsere Hörerinnen und Hörer und dem Buch wünsche ich alles Gute. Und das ist eine Kurzfassung, es gibt dann auch noch eine Langfassung davon, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf tausend Seiten komme, also da sind dann Carsten Fräcks Rechercheergebnisse nochmal in voller Länge, sozusagen, dass man wirklich alles wissenschaftlich nachvollziehen kann, verfügbar. Dieses Buch beim Alibri Verlag, das sind ja diese üblichen 200 Seiten, glaube ich, so wie hier Violettbuch Kirchenfinanzen, so die Stärke müsste das unbedingt haben, das ist dann etwas leichter lesbar. Und wo gibt es dann die Langversion, ist die nur online dann verfügbar? Also es gibt eine Webseite dazu, ich weiß nicht, ob die schon online ist, aber da wird auf der Webseite wird das sicher erklärt, wie man das beziehen kann. Ich weiß es nur momentan noch nicht, weil ich jetzt auch nicht so die Zeit habe, mir noch tausend Seiten durchzulesen mal eben. Aber lohnen würde es sich sicher schon. Dann gibt es sicherlich auch nochmal die größere Version dieses Lobbyismus-Spinnennetzes, ne? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Es soll da eine Grafik geben, ja, das kam auch in der Pressekonferenz, ich vermute, die kann man sich sogar runterladen, aber da braucht man dann halt so einen DIN A0-Drucker oder sowas, um diese ganze Vernetzung von den Kirchenleuten tatsächlich auszudrucken, sonst ist das so klein, dass man das nicht lesen kann. Ja, ich weiß, eins hängt an seiner Bürotür. Hier die Kirchenrepublik-Eingeber, dass wir den Hörern und Hörern eine Webseite sagen können. Aha, also kirchenrepublik.de, willkommen bei kirchenrepublik.de, der Netzwerk des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Es handelt sich bei dieser Datei mal eine Vektorgrafik, die bis DIN A0 vergrößert ausgedruckt werden kann. Also gut, man kann natürlich alles auf DIN A0 ausdrücken, aber ich glaube, der Punkt ist hier, dass man sie auch auf dem A4-Blatt, könnte man ja mal ausprobieren, dass man eben nicht so viel sieht. Ja. Also kirchenrepublik.de. Kann man auch liken auf Facebook, muss ich gleich mal machen. Und du meinst, aber diese Vernetzung schwang jetzt nicht in diesem kleinen Adjektiv-Kord bloß mit, sondern das, was diese Vernetzung, die ist ja letztendlich subkuntan. Die ist etwas, was vor den Wählern und vor der Öffentlichkeit eigentlich verheimlicht wird. Ja, richtig. Also so funktioniert das ja generell. Auch das Thema Kirchenfinanzen war ja eigentlich deshalb so lange kein Thema, weil davon keiner wusste. Und gut, das ist jetzt zwar seit einiger Zeit ein Thema und das war auch schon ein Thema, als noch keiner davon wusste. Das war praktisch die Zeit vor dem Internet, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, da konzidier. Ich bin ja 1990, bin ich ja zu dem Thema, also praktisch von so einem philosophischen Atheismus zum politischen, zur Kirchenkritik gekommen. Ich habe ja da, das ist jetzt 25 Jahre her, glaube ich, Horst Hermanns Buch, Die Kirche und unser Geld, gelesen. Und wenn du da so Informationen haben wolltest zu Kirchenfinanzen, dann musstest du an Gerhard Ramm vom Bund für Geistesfreiheit in Augsburg musstest du schreiben. Und dann hat er dir so kopierte Tabellen zurückgeschickt, weil es eben noch kein Internet gab. So ging das da. Und da hatte man natürlich einen schweren Stand. Ich habe dann ja auch so Leserbriefe geschrieben, aber entweder wurden die gar nicht veröffentlicht, das war meistens der Fall, oder die wurden dann so gekürzt, dass da eh nichts Vernünftiges mehr rauskam. Und das geht halt dank des Internets heute nicht mehr. Gut, du kommst vielleicht nicht unbedingt da rein, aber du kannst deine Meinung, also sag mal, wer solche Infos sucht zu Kirchenfinanzen, der kann die eben heute kriegen, einmal übers Internet und auch eben mehr in Buchläden. Das wird bei dem Lobbyismus genauso sein. Ein weiteres Beispiel, das mir gerade wieder in den Sinn kommt, ist, dass bei der Entwicklungshilfe, da sind praktisch Politiker in diesen Ausschüssen, die über die Vergabe der Gelder entscheiden und die sitzen auf der anderen Seite dann wieder in den Gremien von diesen Organisationen, die die Gelder empfangen. Da sind praktisch die Leute, die das kontrollieren sollen, die Mittelverwendung, und die, die Mittel verwenden, sind praktisch die gleichen. Und die sagen, das wäre nicht, das wäre, sagen wir mal, unschädlich, weil die das nicht hauptberuflich, oder die machen das ehrenamtlich. Aber das ändert ja nichts an diesem Interessenkonflikt. Und das sind also schon erhebliche, sagen wir mal, juristische oder auch, sag mal, es gibt ja Dinge, die sind zwar legal, aber die schicken sich trotzdem nicht. Also beispielsweise hier, wenn sich Leute selber kontrollieren. Und gerade wenn es da, da geht es ja um Millionen. Da ist es eben so, deswegen haben wir ja auch diese Anstrengungen im Lobbyregister und solche Sachen. Weil eben Transparenz dann früher oder später ein bestimmtes Verhalten nach sich zieht. Das bringt dann nochmal neue Angriffspunkte auf. Und da ist dann die Frage, wie lange die Kirchen so weitermachen. Naja, also man muss ja sehen, dass sich die Kirche insbesondere ja da beim Missbrauchsskandal eigentlich immer darauf gepocht hat, dass die Sachen verjährt wären. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch weiterhin an dieser Strategie ist nicht schön, aber ist legal festhalten werden. Ja, wahrscheinlich werden sie jetzt wieder die Strategie fahren. Erst mal gucken, ob das Buch einschlägt. Weil die erste Strategie, das ist ja wie bei Gandhi. Erst versuchen sie, dich zu ignorieren. Das ist das Beste. Denn die Kirchen werden sicher nicht absichtlich noch Werbung für dein Buch machen. Und sei es eine schlechte Werbung. Dann machen sie sich über dich lustig. Das ist ja auch eine bewährte Strategie. Denn das kam mir, jetzt mache ich natürlich wieder einen schlimmen Schlenker. Ich habe mich doch mit diesen Anti-Dorkens-Büchern beschäftigt. Also dieser Besuch bei Professor von Stosch, der hängt mir ja immer noch nach. Durch seinen Anti-Dorkens-Artikel bin ich ja vom Mölzchen aufs Stöckchen gekommen und habe mir noch jede Menge andere Anti-Dorkens-Literatur besorgt. Und da ist mir irgendwann klar geworden, diese Anti-Dorkens-Literatur, das ist praktisch das, was früher dieser Index der verbotenen Bücher war. Das konntest du damals machen, weil es überhaupt schwer war, Bücher zu kriegen oder auch zu drucken. Da hatte die Kirche, konnte wahrscheinlich noch sagen, bestimmte Bücher werden nicht gedruckt und dann konntest du die auch nicht drucken als Drucker. Also, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Und das funktioniert heute nicht. Was aber letztlich den gleichen Effekt hat, das sind eben Leute wie von Stosch und seine ganzen Konsorten da, Apologeten, die sagen dir nicht, also wenn die jetzt sagen würden, ey, dieser Dorkens, das darfst du auf keinen Fall lesen, ich meine, würden die Leute ja nur drauf stoßen. Da würden sie die Leute ja nur neugierig machen. Und was die deswegen machen, ist praktisch noch effektiver. Die vermitteln den Eindruck, man braucht das gar nicht zu lesen. Deswegen sagen die ja auch immer, ja, das ist ja das Gleiche, was die alten Atheisten schon viel besser gesagt haben. Solche Sachen. Und dann schreiben sie diese Anti-Dorkens-Bücher und bringen im Grunde nur Einwände, auf die Dorkens im Gotteswahn überall schon eingeht, sagen aber nicht, dass Dorkens darauf eingeht, sodass der Leser denkt, Dorkens weiß noch nicht mal diese simplen Einwände. Weil sie sagen den Lesern ja nicht, dass Dorkens darauf schon antwortet. Das macht sie auch übrigens sehr einfach, diese Bücher zu schreiben. Weil du brauchst nur zu gucken, auf welche Einwände Dorkens eingeht. Und dann bringst du halt einfach nur den Einwand. Deswegen ist das das Beste, was die Kirchen machen können, dass sie ihrer Klientel zumindest den Eindruck vermitteln, du brauchst das Buch eigentlich gar nicht zu lesen. Hast ja hier mein Buch gelesen. Das ist das Effektivste, was wir machen können. Das ist mir schon aufgefallen, Merkel, nach der Wiedervereinigung. Da gab es doch einige Dokumentationen, diese Verstrickungen von Kirche und DDR und so weiter. Oder IMs aufgetan haben. Und da ist mir noch in Erinnerung, also das waren natürlich Sachen, die für mich interessant waren, weil Kirche, man weiß ja, dass die Kirche jetzt nicht hausieren geht mit den Leichen, die sie im Keller hat. Und da ist mir aufgefallen, dass dann in kirchlichen Medien schon bevor die Sendung überhaupt im Fernsehen kam, sagen wir mal, die Sendung kam irgendwie am Wochenende, dann kam freitags, glaube ich, der rheinische Merkur raus. Und da stand schon auf einer kompletten oder auf einer halben Seite, warum der Macher dieser Sendung ein ganz fieser Propagandist war. Also da wurde völlig unsachlich ad hominem praktisch dann der Boden dafür bereitet, dass diese Sendung praktisch nicht eins genommen zu werden brauchte. Da hat, glaube ich, dann auch Gerhard Bézier, ich glaube, ich weiß nicht, ob der sogar aus Göttingen war, der hat diese ganze Geschichte mal ausführlichst mit, ich glaube, drei sehr dicken Büchern erforscht, sagen Kirche und DDR-Vergangenheit. Also falls sich dafür jetzt jemand interessiert. Also das ist eine Strategie, die ich schon länger beobachte, dass die Kirchen eben versuchen, missliebige Leute erst mal, ja, wie bei Gandhi, erst ignorieren, dann machen sie sich drüber lustig, dann bekämpfen sie dich und am Ende gewinnst du. Das ist ja dieser Gandhi-Spruch halt. Momentan scheint Carsten noch von den Kirchen ignoriert zu werden. Gut, die müssen jetzt wahrscheinlich auch erst mal vielleicht sich durch diese tausend Seiten durcharbeiten, viel Spaß. Und ja, wir können dann nur dazu beitragen, dass die nächste Stufe dann bald kommt, wo sie versuchen, sich drüber lustig zu machen. Aber Carsten ist ja auch auf Buchtour, habe ich gesehen. Also ich habe jetzt mehrere Infos gemailt, also bin ja so in verschiedenen Versteilern, dass er da auch Lesungen hält. Und vielleicht haben wir dann auch Glück. Vielleicht zu Weihnachten kommt dann vielleicht nochmal ein Video von so einer Lesung. Das wäre ja denkbar. Und dann können wir alle davon profitieren. Und ja, es gab auch einige Berichterstattungen in den Medien, sodass man sich auch da über die Highlights praktisch schaumachen kann. Aber zurück von diesem winzig kleinen Pitch für Carstens Buch zu leider unerfreulicheren Sachen. Das Thema war ja gottlos und die Attentate in Paris. Gibt es jetzt noch was zu Merkels Äußerung zu sagen oder meinetwegen auch zu dieser RTL-2-Serie mit dem Titel Gottlos? Ich würde mich jetzt auch lieber darüber unterhalten, was jetzt die Motive sind von den Terroristen, wenn wir schon sagen, okay, die waren nicht gottlos oder was jetzt der Sinn war von dem Ganzen. Das ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt. Die politische Einstellung von Frau Merkel, dass die jetzt, der hat es ja vor diesen Islambeauftragten, da ist es vom Islamverband gesagt, das war ja so eine Rede. Die hat das vor dem Islamverband gesagt, dass die Täter gottlos waren? Ja. Das war, da wollte ich mich erinnern. Bitte, bitte noch mal samplen für unseren Anrömer. Ich weiß nicht, wer hat die Reuters-Meldung vorgelesen, da müsste es doch drin gestanden haben. Und während ich lese, wollte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Es gibt einen sehr einfachen Algorithmus, das einfach mal zu testen, wie das klingt, einfach mal gottlos durch Jüdisch oder durch Undeutsch ersetzen. Ja, Undeutsch benutzen sie ja leider mittlerweile auch selbst. Wie zum Beispiel Gabriel hat auch gesagt, dass das Verhalten des Pucks wäre undeutsch. Natürlich nicht besonders hilfreich für die Sache, aber... Das ist ja so eine kleine Eskalationsspirale, die wahrscheinlich nur deshalb nicht schneller eskaliert, weil sie immer erst um Gabriel rum eskalieren muss. Das dauert ein bisschen. Im Gravitationsfeld von Gabriel gefangen. Sie hat das anlässlich eines Integrationsgipfels im Kanzleramt gesagt. Eines Integrationsgipfels im Kanzleramt. Wer war als Gast da eingeladen? Xavier Nardy. Das steht hier leider nicht. Also ein Integrationsgipfel im Kanzleramt klingt für mich nach, dass man die zu Integrierenden drin hat. Das ist eine sehr plausible Hypothese. Ja, wir sind wahrscheinlich so integriert, dass man uns nicht weiter zu integrieren braucht. Wir sind ja so wie du, Christian. Also du hast ja gesagt, dein Sudelschreiber, der konnte sich erst gar nicht glauben, dass du wirklich Atheist bist, weil du mal so nett bist. Aber das ist ja das Teuflische an uns. Wir sind schon so integriert, dass man, wenn wir jetzt nicht gerade mit dem gottlosen Glücklich-Button rumlaufen, dass man uns gar nicht so wahrnimmt. Wir sind sozusagen die militanten Schläfer-Atheisten. Nur, dass wir auch nie aufwachen und dann wirklich militant werden. Wir schlafen immer. Ich habe jetzt auch einen Link gefunden. Also Bundeskanzlerin Merkel hat mit Vertretern von Migrantenorganisationen, Ärzteverbänden, Kirchen und Verwaltung über eine weitere Öffnung, das war am 17. November 2015, über eine weitere Öffnung des Gesamtheitssystems für Migranten diskutiert. An dem Treffen nahm auch die Integrationsbeauftragten der Bundesregierung Ötogus und Bundesgesundheitsminister Gröhe statt. Also wer jetzt von diesen Migrantenorganisationen da waren, weiß ich nicht. Aber ich nehme mal an, dass dort auch muslimische Vertreter waren und natürlich Kirche. Da steht jetzt nicht, also Anwesenheitsliste habe ich nicht, aber ich habe hier einen Link und da gibt es auch ein Video. Da könnte man dann hinterher auch dann die Zitate vielleicht auch live einspielen. Solche Reden sind ja häufig beim Bundeskanzleramt dann. Ja, ich habe da hier einen Link gefunden, bundesregierung.de. Also ich bin ja auch ein Migrant, ich will auch integriert werden. Ja, nur nach Singapur, ne? Na, hier will ich mich gar nicht so integrieren. Ja, integrier dich mal schön, ne? Und das fängt wieder Sprachkompetenz an. Du darfst ja mit den Fingern essen, ständig Räucherstäbchen abbrennen. Du sprichst aber ganz schnell ablassend über die Kultur, die ich aufgenommen habe. Ja. Das ist die Kultur, die ich bereichere. Ja, genau. Ich betrachte mich jetzt als Kulturbereicherer. Die westlichen Werte. Ja, ich habe die Familie mittlerweile so weit nach zehn Jahren, dass auch tatsächlich mir schon gesagt wird, dass ich das Licht ausschalten soll, bevor ich meine Glühbirne wechsle, dass ich keinen Krempel auf die Treppe stellen soll. Das sind die Sachen, die ich zehn Jahre an den anderen gesagt habe. Da freue ich mich mittlerweile, dass das mal ein bisschen einen Anfang gefunden hat. Solange du nicht anfängst, irgendwelche jüdisch-christlichen Werte zu verbreiten. Da steht, glaube ich, keine Gefahr. Ja, und das ist für mich, ich meine, das ist ein Versuch, es ist ein Versuch, Konsens zu schaffen. Ich denke mal, wenn man die Politik von Merkel versteht, ist das immer, ist bei ihr immer die Frage, wie kriegt man den größtmöglichen Konsens? Da sind wir ja momentan, versuchen ja einige Ecken von außen auch, versuchen diesen Konsens aufzubrechen oder hier irgendwie Feuer zu bringen nach Deutschland und sozusagen die Gesellschaft zu spalten. Da sehe ich zumindest einige Interessanten, die das haben und sicherlich gehören nicht zu den Interessanten, die Kirchen und so weiter. Die wollen, die wollen, dass es so weitergeht. Aber diese Terroristen verfolgen ja sicherlich das Ziel, dass das passiert. Und was jetzt halt auch ein Fakt ist, ist ja, dass die, dass die, erst mal die meisten von diesen Attentätern, also praktisch alle, kamen ja aus Paris oder aus Belgien. Das waren keine Flüchtlinge oder sonst irgendwelche von außen kamen, sondern kamen aus der Gesellschaft. Man hat einen syrischen Pass gefunden, ob der jetzt da hinten plantiert worden ist, weiß ich gar nicht, ich kenne den Ermittlungszustand nicht. Einer der Anschläge, ein anderer Tata ist ja auf der Flucht. Ob sie den jetzt haben oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht, was der letzte Stand ist. Jetzt hat sich die Debatte sofort umgeschlagen. In den USA hat die ja gleich umgeschlagen. Okay, wir nehmen keine syrischen Flüchtlinge auf, weil die sind ja offensichtlich alles Terroristen. Man muss ja nach Europa schauen. Zumindest die republikanischen Präsidentschaftskandidaten sind ja so extrem ausländerfeindlich und flüchtlingsfeindlich. In Deutschland gibt es auch Leute, die das instrumentalisieren wollen, dass man jetzt die Flüchtlinge und Terroristen an einen Topf wirft, wobei, nun wie gesagt, die Attentäter in Frankreich, in Paris, ich weiß nicht, die wurden da auch geboren und alles, also kann da nicht von Flüchtlingen reden. Ja, jetzt versucht Frau Merkel eben Öl auf die Wogen zu gießen und sagen, wir einigen uns auf einem gemeinsamen Level und das ist, die sind, soll man sagen, Outcasts. Das sind Leute, die nicht zu der Gesellschaft dazugehören, die sind schrecklich, gottlos und was weiß ich alles, irgendwie mit Schimpfworten. Man kann auch sagen, Bestien, inhuman, menschenverachtend, da wird alles abgeladen auf die, was es gibt. Und dann gibt es ja auch die Kampagne sozusagen, denen zu zeigen, dass es noch nicht mal richtige Muslime waren, dass sie in Bars waren und Alkohol getrunken haben, gekifft und so weiter. Das wird ja auch noch alles herausgekrampt. Dann wären sie doch eigentlich voll integriert. Ich meine, das wird alles herausgekrampt, um zu zeigen, dass es noch nicht mal richtige Muslime waren. Was waren es dann dann? Waren es Franzosen? Das ist ja auf zwei Ebenen schon doof. Ja. Ja, erstens gibt es sehr viele, sehr integrierte Muslime, die ständig in Bars, oder was heißt ständig, die halt ganz normal Freizeitbeschäftigung betreiben und ansonsten das Geld für Brötchen verdienen. Aber ich wollte noch sagen, ich habe bei diesen Selbstmordattentätern vor allem den Eindruck, dass die sich dann ziemlich schnell irgendwie radikalisieren. Also das sind irgendwelche Loser, die dann irgendwie eine sehr komische Karriere haben. Die hätten also genauso gut auch zum Beispiel Neonazi werden können. Meistens Versager bezüglich des anderen Geschlechts, typischerweise männlich. Ich habe so den Eindruck, das Verlockende an diesem Wahhabismus und an dem Jihadismus ist halt, so kannst du abkürzen. Also du kannst einerseits jetzt natürlich ein strenggläubiger, extrem devoter Moslem werden, in dem du jetzt jahrzehntelang Koran auswendig lernst und devot fünfmal am Tag betest und ein strenges Leben hast. Aber irgendwie scheint der Jihad da die Abkürzung zu sein, dass du dann sozusagen direkt ins Paradies kommst, ohne diesen ganzen Vierlefanz, zumal du als Attentäter ja auch im Zweifelsfall, um halt deine Tarnung aufrecht zu erhalten, durchaus die westlichen Geflogenheiten und das sündige Leben auf dich nehmen kannst. Also die Attentäter des 11. September waren ja nicht so bärtig und liefen da im Kaftan rum und wie die Typen, die typischerweise bei der Lease-Aktion da Korane verteilen. Aber gründet sich jetzt deine Überlegung auf Fakten oder ist das nur so eine Spekulation praktisch? Denn man liest ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den London-Attentätern waren 2005. Also ich habe häufiger gelesen, dass dieses Profil, das man immer so hat, ja, das werden irgendwelche Loser oder so Leute, von denen man eine Radikalisierung eher erwarten würde, dass es eben manchmal vielleicht der Fall ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich das jetzt mit dem IS mehr geändert. Aber ich meine, grundsätzlich könnte man das eben nicht sagen. Deswegen meine Frage, worauf sich das gründet. Das ist nur eine Beobachtung. Es gibt auch Gegenbeispiele. Die Attentäter des 11. September selbst werden Gegenbeispiele. Die kamen, glaube ich, teilweise aus Saudi-Arabien und waren hochgebildet. Einer von denen war ja ein Ingenieur. Da gibt es sicherlich auch Gegenbeispiele. Der Hauptattentäter sozusagen der Planer hat ja in Hamburg studiert und hat sich dort auch radikalisiert. Das ist, man kann ruhig aus durch, ich meine, das ist diese, das wird immer so ignoriert, aber man kann ruhig aus sagen, dass das ein deutscher Plan war, weil es von einem deutschen Studenten verfasst worden ist. Auch gut, der kam jetzt auch aus dem Nahen Osten, aber der hat studiert hier, der hatte Freunde und alles hier und hat sich dann hier in Deutschland, in Hamburg radikalisiert und hat dann die Anschlagpläne organisiert und alles und hat sich dann selbst umgebracht bei der Gelegenheit. Ist das wirklich von Hamburg aus organisiert worden oder war der mehr so eine Art Teamchef, aber der Plan wurde woanders ausgehängt? Das sind ja zwei Sachen, du kannst ja sozusagen der Anführer sein von so einer Gruppe, aber das heißt ja nicht, dass du den Plan selber ausgehängt haben musst und grundsätzlich hätte ich jetzt gedacht, so einen Plan, die müssen sie ja auch irgendwie finanzieren. Also diese ganzen Flugschulen, also die muss, die haben ja, das ist jetzt kein Witz, die haben ja echt so Flugsimulatoren besucht und sind da schon aufgefallen, weil die sich gar nicht dafür interessiert haben, wie man die Maschine eigentlich startet. Umgekehrt, wie man sie landet. Ja, ich glaube dafür auch nicht, sondern nur wie man die fliegt. Also es gab tatsächlich... Die haben sich, ja, okay, die haben sich nicht dafür interessiert, wie man landet. Doch, Moment, die haben sich ein bisschen dafür interessiert, wie man landet und viel dafür, wie man das fliegt. Also die mussten ja zielen. Ja, deswegen wäre jetzt, also dieser Atta ist ja wohl da irgendwie so eine Art Anführer gewesen, Mohammed Atta, aber dass der das jetzt geplant hätte, höre ich zum ersten Mal. Mag ja richtig sein, aber ich hätte es jetzt gedacht, dass so eine Aktion halt nicht von denen unbedingt geplant wird, die es auch ausführen. Man muss ja unterscheiden, also die Al-Qaida arbeitet ja in Zellen und da gibt es eigentlich wenig Koalition, außer wenn es darum geht, dann die Finanzierung zu machen. Und das war, ich meine, die haben halt ins Blau investiert, die Mutterorganisation, um die ganze Finanzierung zu orten und haben dann auch letztendlich dann bei der Vermittlung von den Mördern, die dann im Flugzeug eben die Passagier unter Kontrolle gehalten haben mit den Teppichmessern. Das ist etwas, was sie dann auch bereitgestellt haben, aber diese Idee, diese Planung und so weiter, die kam eben lokal, die kam eben nicht aus der Zentrale. Und ich, soweit ich weiß, bin ich auch dann überrascht, dass überhaupt dann die Türme eingestürzt sind. Das war eigentlich bis dahin, wurde davon ausgegangen, dass man die ins Brand stecken kann, dann brennen die halt, aber dass die dann einstürzen, das war etwas, was nicht Teil des Plans war. Das haben die auch nicht mehr erlebt, dass sie eingestürzt sind. In Paris ist das so, das weiß man jetzt noch nicht, wie das organisiert worden ist. Man muss sagen, das ist nicht etwas, was man einfach, man lädt keine Maschinengewehre aus dem Internet runter und Bomben kann man auch nicht so einfach basteln. Das ist ziemlich schwierig und man hat ja im Vorfeld einmal so ein, hat man ja in Bayern so ein Auto mit Schusswaffen und mit Sprengstoff abgefangen und der Fahrer wusste nicht, für was das war und wo angeblich wusste er auch nicht, was da drin war. Offensichtlich ist da schon eine mafiöse Organisation vorhanden, die die Waffen dorthin geschafft haben. Da muss also eine Planung gewesen sein und dann solche Anschläge auszuführen, ist etwas, was man nicht ohne Ausbildung machen kann. Das muss man trainieren, dass es dann auch in diesem Konzert dann so viele Tote gab und dass sie immer wieder und weiter geschossen haben, ist nicht etwas, was man einfach so, ich meine, vergleichen wir es mal mit einem Amoklauf eines Schülers. Da zeigt sich, dass Schüler zwar auch in der Lage sind, an Waffen heranzukommen und versuchen dann möglichst die Leute mit in den Tod zu nehmen, aber das war, das zeigt, dass das eine Professionalität an den Tag gelegt worden ist. Auch wenn der Anschlag wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß gelungen ist, wie sie es vorgehabt hatten, weil sie hatten ja das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Frankreich auch im Visier gehabt und haben dort versucht, dort ins Stadion zu dringen und dort den vorlaufenden Kameras dann einen Anschlag zu machen. Das ist gescheitert. Die sind offensichtlich an den Sperren hängen geblieben und konnten dort sich noch in die Luft sprengen. Während man sagen muss, dass das Attentat auf dieses Konzert, das ist denen, ist der Plan aufgegangen, den sie gehabt haben. Das ist, ich meine, das kam auch insofern aus dem blauen Himmel, weil nicht ganz, weil es gab diesen Attentat auf Charlie Hebdo, wo dann drei Leute insgesamt so einen Attentat durchgeführt haben, eben halt auch mit Waffen, die man eben nicht so einfach bekommt. Aber die hatten auch die Flucht vor sich. Das war ein Selbstmordattentat, Ertäter. Das ist zumindest eine neue Kategorie in Europa, die von solchen Terroranschlägen verschont war, im Gegensatz zum Rest der Welt. Ich meine, man muss nicht lange, muss nicht viele Wochen lang zusammenzählen, um auf diese selbe Anzahl von Toten im Nahen Osten zu kommen, wo dauernd Sprengstoffattentäter unterwegs sind und mit solchen Waffen umhergeschossen wird. Das ist halt für Europa völlig ungewohnt. Aber islamistischen Terror gibt es jetzt schon sehr lange und auch sehr durchgehend. Das ist enorm hoch Offerzahlen, die da zu verzeichnen sind. Nur halt eben nicht hier. Also in London, das waren aber auch Selbstmordattentäter, ne, Richtig, aber wenn man diese Busse gesprengt haben. Wenn wir einfach mal die Anzahl anschauen und die Frequenz, dann ist das hier eben bei uns ganz anders als im Nahen Osten oder in Afrika und das ist nicht gewohnt und ich war jetzt, ich meine, das sieht man auch daran, ich war dann eine Woche drauf, war ich in Bonn und dann haben sie den Hauptbahnhof gesperrt, was mir ein bisschen genervt hat, weil ich dann irgendwie nicht die Straßenbahn nehmen konnte, aber es war letztendlich nur ein leerer Koffer. Es gibt doch in Bonn auch gar keine Straßenbahn, das kam vielleicht noch erschwerend dazu bei deinem Versuch. Ja, das ist eine U-Bahn, Straßenbahn halt in Bonn. Die fährt als U-Bahn los und kommt als Straßenbahn an. Nie heißt dort U-Bahn, aber es ist eine Straßenbahn also. Zu den Attentaten bei dem Fußballspiel möchte ich noch was sagen, was mir am Herzen liegt und was ich so nicht oft gelesen habe in der Form. Das Management wurde ja gelobt, dass die praktisch eine Panik verhindert haben, indem die da sehr bedachtsam die Leute ruhig gehalten haben und da gibt es wohl auch konkrete Sicherheitskonzepte, die halt die Leute dann eher aufs Spielfeld lassen und dergleichen. Und der Albtraum wäre ja jetzt gewesen, dass es nicht Dutzende, sondern Tausende von Toten gibt, in dem halt eine Massenpanik da herrscht. Und ich behaupte jetzt, früher oder später wird so ein Anschlag kommen. Also will heißen, da wird eine Großveranstaltung wie in einem Stadion sein und dann wird es eben doch einem Attentäter gelingen, sich da wegzusprengen und es ist eine Frage der Zeit, bis dann mal irgendwelche radioaktiven Materialien dabei sind und oder Chemikalien oder so. Und ich behaupte weiter, dass wahrscheinlich die direkten Konsequenzen von dem Attentat jetzt nicht sehr viel größer sind, sondern dass sozusagen der psychologische Effekt und vor allem die Massenpanik dann sozusagen den Hauptanteil der Opfer durchführen werden. Das heißt, mein Ratschlag wäre jetzt, dass wir sehr sorgfältig, und das ist ja auch für andere Katastrophen sowieso sinnvoll, solche Sicherheitskonzepte überlegen und überdenken und prüfen. Da können ja auch noch andere Ereignisse passieren, die sowas notwendig machen. Und das halt so von vornherein auf die Minimierung der Opferzahlen sozusagen geschaut wird. Und ansonsten, der Bruce Schneier hat da noch einen interessanten Artikel geschrieben. Da ging es hauptsächlich darum, dass man jetzt nicht anfangen darf, irrational zu sein und versuchen jetzt zum Beispiel so eine Art aus einem Gerechtigkeits- oder Racheempfinden heraus möglichst viele gegnerische Kämpfer da umzubringen oder dergleichen, sondern dass es halt immer eine rationale Betrachtung von Risiken und von Opferzahlen da sein muss, wo dann Mittel halt abgewogen werden müssen. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Denn gerade diese Panik, die im Stadion verhindert worden ist, zeigt, dass man in solchen Situationen, in solchen Ausnahmesituationen, großer Katastrophen, Krieg, Bürgerkrieg etc., dass da die Menschen eben eher geneigt sind, eben nicht der Vernunft zu folgen, sondern schnelle, irrationale Entscheidungen zu machen. Und das ist das ganze Konzept. Angst funktioniert ja auch so. Angst ist nicht rational, sondern irrational. Man wägt eben nicht die Chancen fair ab, sondern man ist immer auf der Seite der Panik, der schnellen Lösung. Und dadurch entstehen ja auch eben und dann diese ganzen Toten in Fußballstadien in der Panik ausbricht, ist eben, dass die Leute eben nicht rational sagen, okay, was muss ich jetzt machen? Ich kann jetzt besser stehen, anstatt zu drücken und zu schieben. Nein, man macht das andere. Und das hat evolutionäre Wurzeln natürlich, weil es bringt es eben nicht, wenn der Leopard jetzt da im Camp steht, dass man erstmal diskutiert, pass mal auf, das ist eine Katze, wir sind 20 und die hat eigentlich keine Chance, sondern man überlebt, indem man nicht der eine ist, der von dem Leopard dann angefallen wird und gibt seine Gene weiter. Das heißt, man hat sofort einen Gewinn, dadurch, dass man panikartig wegrennt und der andere sagt, wenn wir zusammenstehen, können wir was tun hier? Im Prinzip unsere intuitiven und evolutionär gewachsenen Mechanismen, um Risiken einzuschätzen, die sind darauf geeicht, in Kleinstgruppen zu funktionieren. Und wenn ich jetzt in einem kleinen Stamm von Höhle zu Höhle ziehe und dann taucht plötzlich ein Leopard auf und bringt fünf Leute um, dann ist das für mich persönlich natürlich ein immenses Risiko. Auf der anderen Seite, in der Medienlandschaft, wenn jetzt irgendwo ein Dutzend Leute sterben, da ist für mich das persönliche Risiko vollkommen irrelevant. Und deswegen müsste man auch da jetzt sozusagen Coolheit bewahren und sich denken, im Prinzip können Terroristen uns nicht wirklich schaden, außer sie schaffen es wirklich mal, ja gut, 11. September ist halt so ein Fall, außer sie schaffen es wirklich, einen Massenmord zu machen. Aber selbst dann, die Anzahl der Toten, die durch Nicht-Benutzung des Flugzeugs und stattdessen Ausweichen auf Auto entstanden sind, also die zusätzlichen Unfalltoten, die übersteigen die Anzahl der Toten, die in den beiden Wolkenkratzern da direkt gestorben sind. Also mir hatte neulich ein Bekannter, der Amerikaner ist, so eine Reisewarnung vom US-Außenministerium geschickt, die er bekommen hatte. Und daraufhin habe ich mir dann überlegt, dass ich mir, also ich habe es nicht nachgeprüft, aber ich konnte mir gut vorstellen, dass ein Amerikaner in Europa immer noch sicherer ist als in den USA. Weil halt, was du gesagt hast, Nico, der Terror letztlich, also ich muss sagen, mir ist das völlig egal. Jetzt bin ich natürlich auch so eh kein großer Fan von Großveranstaltungen. Die Wahrscheinlichkeit, also selbst wenn du jetzt in Paris warst, an dem Abend, wäre die Wahrscheinlichkeit immer noch irre winzig gewesen, und dass du irgendwie zu Schaden gekommen wärst. Und von daher können da in den USA ja nun so viele, nur ich den ganzen Waffenbesitz, so viele Leute, ich glaube 30.000 pro Jahr, kommen durch Schusswaffen um. Also ungefähr 100, glaube ich, pro Tag wären das. Da musst du dich also als Terrorist schon ganz schön anstrengen, um an der Taggänge mal anzustinken. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass selbst wenn in Europa Terrorwarnung ist, du als Amerikaner deine Lebenschancen immer noch erhöhen kannst, wenn du von USA nach Europa fliegst. Nur um das mal so einzuschätzen, die tatsächliche Terrorgefährdung, da weise ich auch immer gerne darauf hin, dass der Terror spielt sich halt im Kopf ab. Das kannst du, also es ist natürlich jetzt nicht zu ignorieren, aber für die eigene Gefährdung kannst du das im Prinzip vernachlässigen, was die anrichten können. Ich habe jetzt auch da jetzt mal eine gewagte These und mache mal einen kleinen Ausflug über die amerikanische Außenpolitik momentan. Es gibt ja jetzt, der führende republikanische Präsidentschaftskandidat ist ja Donald Trump. Und der hat jetzt gerade wieder ein paar Prozentpunkte vor Ben Carson geholt, der sehr, sehr religiös ist. Dann sage ich, der Mann ist der Evangelikalen. Also das muss ich noch kurz loswerden. Das habe ich ja rausgefunden bei meinen Anti-Richard-Dorkins-Recherchen. Ben Carson ist einer der 20 brillantesten christlichen Professoren. Habe ich rausgefunden, als ich Alistair McGrath, hatte ich doch beim letzten Mal mich schon drüber lustig gemacht, weil sein Buch der Dawkins waren, oder auf Deutsch der Atheismus waren. Und da habe ich in dem Wikipedia-Eintrag gelesen, dass der, nachdem er diese intellektuelle Selbstangleibung der Dawkins waren, verfasst hat, in das Olymp der 20 brillantesten christlichen Professoren aufgenommen wurde. Da habe ich dann nachgeguckt und wer schlug mir da gleich bei C entgegen? Ben Carson. Und ich glaube, das sagt auch alles, was man über die Brillanz von christlichen Professoren wissen muss. Oder dieser William Lane. Alistair McGrath und Ben Carson. Ja, William Lane Craig ist auch Teil. Ja, aber das ist ja nicht so relevant, ob man jetzt von jemand anderem als brillant bezeichnet wird. Aber zurück zu meinem Punkt. Also Donald Trump hat, ich meine, Donald Trump hat eine Menge von komischen Vorstellungen, aber er hat einen Apologeten, der heißt Scott Adams und das ist der Zeichner von Dilbert. Und der hält Donald Trump für einen Genie. Und der begleitet die Kampagne von Donald Trump, indem er ihn klug schreibt. Und dieser Scott Adams, Dilbert ist das vielleicht auch ein Begriff, dieser hat mal vorgeschlagen, er schreibt immer so, seine Vorschläge mit Vorbehalt. Das meint er nicht ernst und so weiter. Das sind alles so Testballons, die er abschießt, um zu schauen, was so funktioniert. Und sein Vorschlag war, dass man anstatt den IS zu bekämpfen, man einfach eine Mauer um den IS herumbauen muss und dann quasi ihn von der modernen Technologie abkoppelt und dann dem islamischen Staat dann einfach mal 20 Jahre gibt und dann sollen sie mal schauen, wo sie hinterher stehen mit ihrem ganzen Kram. Und dann werden sich die Leute schon überlegen, ob das so eine tolle Sache ist oder nicht. Und dann würde man dem IS mit seinen eigenen Mitteln schlagen. Das war also der Vorschlag, der da aufgebracht worden ist, nach dem Motto, was sollen wir uns da engagieren? Ich meine, lass die doch erst mal machen und dann sehen wir, was rauskommt. So in Richtung amerikanischer Isolationismus. Insofern sind da Menge Fehler drin bei dieser Überlegung, die man eigentlich von, mal abgesehen davon, dass es für die sehr bequem ist, so rauszureden und sagen, okay, ja, wir machen eine Mauer drum, sie sollen das machen. Erstmal leben da noch Leute, die überhaupt nichts mit dem islamischen Staat am Hut haben möchten und zwar nicht rauskommen. Das heißt, das ist ein enormer Blutzoll, der da stattfindet. Zweitens weiß man nicht, ob man den jemals wieder loskriegt. Sie Nordkorea, wenn da ein Terrorstaat installiert ist, der sich abschottet von oder abgeschottet wird von der Außenwelt, dann ist nicht klar, ob die wieder rauskommen. Drittens haben noch nie, noch nie religiöse Extremisten irgendetwas gelernt aus ihren tatsächlichen Umständen. Das ist sozusagen etwas, was nicht passiert. Das ist eine völlig illusorische Vorstellung. Ich denke mal nur an die Sieben-Tage-Adventisten, wo der Ben Carson ein Mitglied ist. Die haben gesagt, dass 1844, wenn ich nicht verkehrt lege, die Welt untergeht. 1844. Und danach kam dann so etwas, das nannten sie die große Depression oder die große Missstimmung. Kann das sein, dass es große Trübsal heißt? Oder große Trübsal. Ist das ein Begriff aus der Apokalypse oder ist das ein Begriff, den die selber ausgedacht haben? Ich meine, es gäbe so einen einschlägigen Begriff, große Trübsal oder sowas. Den haben sie sich selbst ausgedacht, weil ich schrecklich enttäuscht war, dass die Welt nicht zu Ende ist. Oh, um Himmels Willen, der Prophet hatte Unrecht. Was machen wir jetzt? Nun wäre der logische Schritt gewesen, der Prophet hatte Unrecht. Das Ganze ist Quatsch. Wir lösen die Kirche auf und gehen unseren Berufen wieder nach und verschwenden unser Geld nicht. Dann Propheten, die sowas hervorsagen. Nein, aber die Sieben-Tage-Adventisten sind jetzt quasi daraus gestärkt hervorgegangen, weil die nämlich dann eine Einheit gebildet hat, die quasi mit dieser kognitiven Dissonanz leben kann und seitdem dann eine versporene Gemeinschaft sind. Ich meine, abgesehen davon, dass die Christen das auch schon mal hatten mit ihrem Jesus, der gesagt hat, keiner wird den Tod auch nur schmecken, bis das Reich Gottes kommt. Aber das ist genau das. Man kriegt solche Leute eben nicht dahin, dass sie dann die Realität anerkennen, sondern dann gibt es immer Rationalisierungen und natürlich den Satan, der seine Finger entspielt hat, den Bösewicht, der das dann alles verhindert hat. Und wir würden es ja alles hinkriegen, aber der Satan, und bei denen heißt der Satan wahrscheinlich Amerika, ist daran schuld, dass das nicht so funktioniert. Die hindern uns, das zu machen. Deswegen ist es völlig illusorisch, da einen Lernprozess zu erwarten. Im Gegenteil, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was kann überhaupt das Ziel von diesen Attentatoren gewesen sein in Paris? Was ist der Vorteil? Wer hat irgendeinen Vorteil davon, dass unschuldige Menschen da zu Hunderten abgeschlachtet werden in einem Konzert, die eigentlich nur sich amüsieren wollten? Ich lese dieses Buch von Manfred Claus über ein neuer Gold für die alte Welt. Da zeigt sich, dass das Christentum damals immer dann besonderen Aufschwung hatte, wenn es dem römischen Reich schlecht ging. Wenn Bürgerkriege waren, wenn Hungersnöte, Streitigkeiten, der Brand von Rom war sicherlich ein ganz großer Katalysator für diese aufstrebende Religion. Und zwar nicht, weil irgendjemand gelegt hat, sondern einfach durch das Chaos und die Desorientierung, die es sich dann gegeben hat. Und die Leute wurden dann irrational. Und wenn man irrational Leute hat, die Angst haben und sozusagen nach irgendeinem Ausdruck suchen, dann kann man eben halt einen irrationalen Kult auch verkaufen. Und also die Religionen leben ja davon, dass es den Leuten dreckig geht. Das leben ja daran, dass wo es den Leuten gut geht, die Religionen auf dem Rückmarsch sind. Ohne, ich denke mal nicht, dass es eine bewusste Strategie ist, aber es ist sicherlich kein Zufall, dass die Religionen besonders im Aufwind sind, die das größte Chaos schaffen. Die das größte Chaos schaffen und gleichzeitig die heftigsten Verschwörungstheorien verbreiten, die den Mitgliedern sozusagen gewährleisten, ja, die anderen sind auf jeden Fall schuld. Der kleine und der große Satan ist schuld. Ja. Wir müssen einfach nur noch gläubiger werden und noch mehr uns an die Sitten und Gebräuche handeln. Also hier würde ich jetzt gerne mal mit meinem Beitrag kommen. Christian, du hattest ja gesagt, ihr habt den Boden eigentlich schon gut vorbereitet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben.